Name a bunch of rappers and pretend that you forget me, but Now a day's got it all figured out I don't really gotta take so long I don't really gotta take so long But I'm missing all the times in the past when I... Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Matt Farber Letztes Mal hatten wir den Tresor nicht aufbekommen, ich hab nochmal richtig nachgeguckt Und das Passwort ist 7482 Ja, wir haben irgendwas falsch gezählt, ich hab auch nicht gecheckt, was es jetzt war Äh, äh, es hört uns, Mom, äh, na, na, na Ähm, it smells like Mom, aha There's a lamp in here Eine Lampe und wir haben Öl Was ist das denn? Ah, wir haben ein Flashback, ist sie still at work? Und dann, ihr Vater, always tell you, not go in the basement, Mom? Oh, da, ne? I can't believe this, some girl you picked up on the street Sie, äh, er hat sie betrogen Das ist fies Das ist sowas Das stupid Sache Das ist schw teuer Die Parfumflasche Ma immer committing man sich gerne dazu llevar This perfume, I put it back on her dresser after that, but she took care of it, that's good. After all, mom got this from father. Aha, so I am sure mom loved father. Moment, was haben wir jetzt alles? Key items, wir haben eine Lampe, wir haben Parfüm. Mit der Lampe und dem Parfüm kann man doch eigentlich Feuer machen, oder nicht? Also glaub ich zumindest. Aber... Ich überlege gerade... Wo brauchten wir das nochmal? War das jetzt hier? War das jetzt hier tatsächlich? Hier lang? Ah, wir haben eine Lampe. Stimmt, wir haben ja die Lampe. Äh, es ist lockt. Hier liegen wieder Barretts. Storehouse, da kommen wir leider nicht rein, ne? Mit den kleinen Schlitz kommen wir auch nicht rein. Irgend... Irgendwas müssen wir mit dem Parfüm machen. 100 pro... 100 pro... Ähm... Wo war das gleich? Oh! Gleich nochmal! Geheim! Ähm... Dieser eine Raum. Ich glaub, ihr wisst ja nicht mal mit der komische Viech da unten. Ey, wo war der gleich nochmal? War der... War der... War der... War der... War der hier? In Archiven? Nein! Ich glaub, die Tür war eh zu. Ach! Ach nein! Ich weiß wo das war! Das war doch... War das nicht? War das nicht? Hier rein. Und dann... Ähm... Hier runter. Ja, genau. Und jetzt... Was sind... Was ist das? Predent... Pendent. Ich hätte jetzt gesagt... Die Lampe und das Parfüben und dann da draufschmeißen, dann burnt das ja alles weg. Aber anscheinend ja eher nicht. Hey! Rennen! Kleines Mädchen. Ähm... Bei uns? Nursery. Was ist Nursery nochmal? Ja, das ist ja unser Raum. Wir haben jetzt... Das Öl. Wir haben diese anderen Sachen. Hier kommen wir auch nicht gleich, warum das Stück Leiter fehlt. Keine Ahnung, wo wir das Stück Leiter herbekommen. Ähm... Mir sagt irgendwas grad von der Intuition, dass wir zu den Puppen müssen. Was ist das für ein Junkie eigentlich? Man sieht den immer, dann geht der wieder weg. So, diese... Komm schon. Hm. Ich hab grad echt keinen Plan, Leute. Hier war dieser Raum. Okay. Okay. Aber als ob wir da unten nicht lang kommen können. Ich meine, irgendwas sagt mir doch gerade, dass wir, ähm, hier was machen müssen. Jetzt lockt. Sie kommt da nicht durch. Aber hey! Der kleine Hase könnte da durch, den sie doch hat, oder nicht? Ja, du Scheißhund. Ich mag keine Zombiehunde. Der Hase packt das locker. Aber als ob das jetzt funktioniert, dass wir einen Hasen mitnehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ah ne, der war in einem anderen Raum. Aber eigentlich wär das ganz cool. Na? Tatsächlich? Und eine kleine Geschichte wahrscheinlich, wie sie den... Ne, den Hasen nicht kennengelernt hat, sondern einfach nur... Wie hat sie den... Fuß verletzt? Snowball. Aber der fährt so ziemlich schnell. Oh, das ist ein Schwerber-Sum-Rabbit. Sorry, Snowball must be trying... Did you find Snowball's father? Um, yes. Und healed that leg mount while I was at it. Er hat das Kaninchen oder den Hasen geheilt. Okay. Dann werden wir locker jetzt mit Snowball das machen müssen. 100%. 135.000%. Dass wir das machen müssen. Der wird bestimmt da durchkommen. Aber auch so viel dann den Hasen steuern. Schwupp. 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 Ja. Ja. Oh Gott, ich steuer Snowball. Gott, ich fühl mich dabei gar nicht wohl. Ja da! Ja. Ja da! Okay, die Lampe ist ausgegangen. Miep. Nein, da war keiner. Nein, Just Imogen. Ist dieser Hase jetzt tot? Oh mein Gott. Was ist das denn für Olums? Was ist das? Ähm, hier lang. Hier lang, hier lang. Wir haben Leiteröl. Also, dein... 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 Mörder. Dein... Was steht da? Dein Vater? Mörder. Ja, der Mann hat Dreck am Stecken. In der Tat. Neckwürdiger Mann. Ey, das können wir doch bestimmt abfackeln. Irgendwie. Wir haben jetzt so viel Öl. Man findet doch hier nur Öl in dem Spiel. Das kann's auch nicht sein. Ja, Zombie Mann. Du kriegst mich eh nicht. Hm, da müssen wir auch nichts mehr machen. Ich kann mir vorstellen... Warte, war das der Raum mit dem... Genau, mit dem Feuer. Leiteröl. Meinen die damit jetzt das Öl, womit man... Ähm... Ähm... Ne? Dings so erleuchtet? Ähm... Fackeln oder so? Wahrscheinlich, oder? Wofür braucht man denn sonst Öl? Wir haben Öl. Wir können jetzt irgendwas damit anzünden. Snowball ist anscheinend... tot. Leiteröl kombinieren mit der Lampe. Geht das? Nein, das geht nicht. Schade aber auch. Hier ist on. Deswegen haben wir auch alles gemacht. Das Parfum haben wir ja auch noch. Hä? Nicht, weil der Hase ist auch einfach wieder da. Hm. Gut zu wissen. Hier vielleicht? Auch nicht. Hm. Hm. Jetzt laufen die Olums wieder rum. Ähm... Ich guck nochmal hier nach. Irgendwas sagt mir, dass wir noch was machen müssen. Irgendwas ist lockt. Das ist immer noch... ...gelockt. Immer noch die Barrels. Ähm... Ein Widerjong haben wir ja auch noch, ne? Ja, der Hund ist da auch immer noch. Ähm... Ähm... Hier rein, ey. Das war das... Die Rezeption. Das war das Badezimmer. Da haben... Gab's ja auch nichts mehr. Hier irgendwas bei den Pötten noch. Na. Das ist auch nichts mehr. Wie geht's jetzt so weiter? Ähm... Archiv bestimmt irgendwas. Waren die davor auch so? Ist auch immer noch lockt. Hä? So dark outside. Ja. So ne Puppen. Puppen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man irgendwas mit denen machen, mit diesen Puppen, die da rumstehen. Probier's doch mal aus. Ich mein, wir haben ja jetzt dieses Leiteröl, was auch immer, das es bringen soll, was auch immer. Ein Manikidoll. Äh, ich hab echt keinen Plan, Leute. Ähm... Ah, kommen wir ja nochmal hier. Das war ja vorher nicht, was hier ist, ne? Öl haben wir ja auch noch. Das Leiteröl haben wir ja auch noch. Ja, da können wir echt nicht durch. Hm. Ah. Können wir nicht, können wir nicht hier ra... Was? Verdammt nochmal, ey. Halten wir's mal grad fest. Wir können... Da nicht lang, da nicht lang, da nicht lang. Hier im... Was? You send someone. Ja, aber das bringt mir ja auch nichts, ne? Hm, hier ist das Portrait von der Mutter. Deine Mude, der... In's Bett will ihr, glaub ich, jetzt auch nicht gehen, wenn sie weiß, wie viele Zombies laufen durchs Haus. Da kommen wir auch nicht lang nach... Hm... Ich versteh schon. Irgendwas hab ich übersehen. Irgendwas... Irgendwas ganz ausschlaggebendes. Irgendwas ganz ausschlaggebendes. Ja, Zombies. Ja, Zombies. Ähm... Die Cafeteria haben wir schon. Da unten waren wir auch schon. Schlüssel dafür haben wir auch nicht. Gehen wir mal hier lang. Ähm... Ich probiere doch mal das, was ich eben nicht hinbekommen hab. Ähm... Beautiful Woman. Z ist Leertaste? Ich fand das Z Leertaste. Los! Denn jetzt, Leute, ne? Ist ein Loch drin. Ja, und genau jetzt so, äh... Ich wusste es. Ich wusste es sowas von. Ich wusste es einfach nur. Dass wir da noch mal hin müssen. Aber hier ist ja irgendwie nichts, ne? Scheiße. Mann. Kann ich hier rein? Oh nein, können wir nicht. Schade. Okay, Leute. Das war's mit der Folge... ...Met... ...Faser. Wir fasern. Haut herein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.